Mein Name ist Andrea Mayer, ich kandidiere auf der BTP-Liste im Kanton Zürich. Ich bin Fan vom Schweizer Erfolgsmodell. Du auch? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann hast du einen sehr guten Grund, mich am 18. Oktober zu wählen. Ich möchte das Schweizer Erfolgsmodell verteidigen. Verteidigen heisst für mich, das zu bewahren, das uns den Erfolg eingebracht hat. Und dort einen Schritt weiter zu gehen, wo wir Nachholbedarf haben. Danke für deine Stimme am 18. Oktober.